Wahrverbot für Senioren droht der Führerscheinentzug ab dem 70. Lebensjahr. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24d. Meine Damen und Herren, Sie wissen ja, wie es auf Familienfeiern manchmal so losgehen kann. Da wird sich ja über alles Mögliche unterhalten, unter anderem auch über aktuelle Politik, über die Rente, über Gesundheit und, und, und. Und es brachte auf einer Familienfeier, auf der ich war, auch doch tatsächlich wieder das Thema Führerschein und Rentner hoch. Und da ging es wirklich mächtig hoch her. Also da flogen sozusagen ein bisschen die Fetzen, ja, so nach dem Motto, du bist ja schon über 80, du darfst ja eigentlich gar nicht mehr mit dem Auto fahren. Du bist ja eine Gefahr für die Allgemeinheit und, und, und. Und da musste ich dann sozusagen mal ein bisschen reingrätschen. Ich habe das dann schon gar nicht mehr lustig gefunden und habe dann also allen Beteiligten gesagt, dass es sicherlich so ist, dass Seniorinnen und Senioren und Ruheständler, und ich habe ja in meiner Familie auch ein paar Senioren, die auch schon deutlich über 80 sind, aber noch Auto fahren und froh sind, dass sie Auto fahren können, sind auch relativ fit und gesund, denn sie wohnen im ländlichen Bereich und sie sind auf das Auto angewiesen. Es gibt in den Ortschaften, wo die wohnen, keine Lebensmittelhändler mehr, keine Ärzte mehr, gar nichts mehr und deswegen ist es schon für die ziemlich wichtig, dass die ihren Führerschein haben. Aber es gibt natürlich auch die anderen Sichtweisen, die man auch betrachten muss und sagen muss, ja, Senioren ab einem bestimmten Alter haben also veränderte Reaktionsmöglichkeiten, sie haben andere Beweglichkeiten, sie nehmen bestimmte Dinge anders wahr, möglicherweise sind sie auch erkrankt, haben Bluthochdruck oder orthopädische Leiden und können deshalb möglicherweise eine Gefahr, ein Risiko für den Straßenverkehr darstellen. Aber hier hat sich auch die Europäische Union in der sogenannten vierten Führerscheinrichtlinie mal ausgelassen, letzten Jahres und am 28. Februar diesen Jahres, 2024, hat das Europäische Parlament entschieden, dass es keine verbindliche Führerscheineignung für Rentnerinnen und Rentner und Senioren ab 70 geben soll. Das war ja so vorgeschlagen worden. Das soll Sache der Nationalstaaten bleiben und sein. So ist es gekommen. Die vierte Führerscheinrichtlinie sah ja praktisch vor, dass Rentnerinnen und Rentner verbindlich ab dem 70. Lebensjahr nur noch einen befristeten Führerschein bis fünf Jahre bekommen sollten und dann immer ihre Eignung mit einem medizinischen Test nachweisen sollten. Und für Rentnerinnen und Rentner, die 80 sind und älter, sollte der Führerschein dann nur noch verbindlich für zwei Jahre ausgestellt werden. Und da hat die Bundesrepublik Deutschland klipp und klar gesagt, das macht sie nicht mit. Volker Wissing, der Verkehrsminister, hat klipp und klar gesagt, es gibt wohl keine validen Zahlen darüber oder keine aussagekräftigen Zahlen, dass es durch Seniorinnen und Senioren, die im Straßenverkehr ein Pkw bewegen, es hier zu deutlich höheren Unfällen kommt als vergleichbar mit jüngeren Semestern. Ob das tatsächlich so ist, das weiß ich nicht. Aber es ist doch ein hochspannendes Thema, das hier praktisch letzten Endes hochgekocht ist. Ich habe mir dann mal die Gedanken gemacht und habe mal geguckt, wie geht das jetzt eigentlich weiter? Ist die Führerscheinrichtlinie jetzt nun verbindlich abgeschlossen worden? Nein, meine Damen und Herren, die vierte Führerscheinrichtlinie ist noch nicht durch. Da kann es also immer noch Änderungen geben. Es soll wohl angeblich an einem Kompromiss gearbeitet werden, und zwar über die Europäische Kommission, das Parlament und den Ministerrat. Dort soll wohl nach der Europawahl, die ja in ein paar Tagen im Juni 2024 dann beginnt oder dann abgeschlossen sein wird, soll es ja dann mit den veränderten Mehrheiten im Europarat dann möglicherweise einen neuen Anlauf geben oder einen Kompromiss geben. Wir wissen es nicht. Meine Damen und Herren, Sie können sich selber ein Bild darüber machen, ob es notwendig ist, dass Seniorinnen und Senioren meinetwegen ab 70 oder 75 hier eine verbindliche Fahreignungsprüfung machen sollten. Ich kann nur so viel sagen. Ich habe in meinem Umfeld einige Menschen, die selber sagen, ja, Autofahren ist für mich schon ein Problem. Ich kann zum Beispiel abends nicht mehr fahren, und deswegen lasse ich es da sein. Sondern ich fahre halt nur noch bei Tageslicht und im Winter schon fast gar nicht mehr. Ja, da bestehen schon teils individuell sehr, sehr unterschiedliche Befindlichkeiten und auch Eignungszustände. Aber im Wesentlichen kann man jetzt nicht grundsätzlich sagen, nur weil ich 70 bin oder weil ich 80 bin, soll ich nicht mehr Auto fahren dürfen. Allein die Tatsache, dass ich so alt bin, ist ja eine schöne Sache, darf rechtlich gesehen nicht dazu führen, dass man mir meinen Führerschein wegnimmt. Das ist auch so rechtlich nicht vorgesehen und wäre auch in Deutschland rechtlich so nach aktueller Rechtslage nicht möglich. Man könnte darüber nachdenken, dass man ab einem bestimmten Alter, meinetwegen ab 75, hier eine Fahreignungsprüfung einführt. Aber das muss wirklich durch den nationalen Gesetzgeber erfolgen. Die Europäische Union will sich da wohl laut Einigung am 28. Februar 2024 raushalten. Also, meine Damen und Herren, keine Sorge, alle Seniorinnen und Senioren, die sich fahrtauglich fühlen, das ist eine individuelle Entscheidung von Ihnen, dürfen weiter PKW fahren und Freude am Leben haben und auch am Leben teilnehmen. Das sollen Sie auch bitte tun. Wenn Sie aber merken, dass Sie irgendwelche Probleme haben, gehen Sie bitte zum Arzt, sprechen Sie mit dem. Wenn Sie vielleicht schlecht sehen gucken, schlecht sehen können, schlecht hören können, sich schlechter bewegen können, vielleicht die Reaktionszeiten schlechter werden, dann sollten Sie das bitte nicht unterschätzen. Denn es gibt tatsächlich Erhebungen, auch aus dem europäischen Ausland, die klar belegen, dass die Unfallgefahr und die Höhe der Unfälle auch mit tödlichem Verlauf, in Beteiligung mit Senioren und Seniorinnen im Alter doch schon zugenommen hat. Aber Herr Wissing, unser Verkehrsminister, sieht das ein bisschen anders. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf Rentenbescheid24d. Wir haben dazu einen Beitrag veröffentlicht auf Rentenbescheid24d. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.